Mit seiner Masche kriegt er jede rum. Ich trage manchmal so eine Art Fake-Ehering. Du bist ein Schwein. Doch dieses Mal... Du bist verheiratet? Es ist vorbei. Gibt's Probleme? Ich muss sie treffen. Würde es reichen, wenn sie dir eine SMS schickt? Da hilft nur die beste Freundin. Du willst, dass ich deine Frau bin? Ihr habt Kinder? Wir haben so eine Art Kinder. So ein bisschen Kinder. Jetzt drehen wir durch. Meine erfundete Frau. Samstag, 20.15 Uhr. ProSieben. Vielen Dank.